Meine Generation schafft es. Südtirol kann nicht unabhängig werden. Und zum Glück wird meine Generation nicht mehr sagen, wir Südtiroler können viel mehr erreichen als die Autonomie. Die Wahrheit ist, dass es uns bei Italien besser geht. Denn es stimmt ganz einfach nicht, was uns die Ewiggestrigen erzählen wollen. Und es ist völlig lächerlich und falsch, für die Freiheit und Unabhängigkeit zu kämpfen. Wir sind offen und modern. Und es ist unsere Pflicht, nichts zu riskieren und Südtirols Zukunft auf das Spiel zu setzen. Es wäre einfach verantwortungslos. Es wäre einfach verantwortungslos, nichts zu riskieren und Südtirols Zukunft auf das Spiel zu setzen. Wir sind offen und modern und es ist unsere Pflicht, für die Freiheit und Unabhängigkeit zu kämpfen. Und es ist völlig lächerlich und falsch, was uns die Ewiggestrigen erzählen wollen. Denn es stimmt ganz einfach nicht, dass es uns bei Italien besser geht. Die Wahrheit ist, wir Südtiroler können viel mehr erreichen als die Autonomie. Und zum Glück wird meine Generation nicht mehr sagen, Südtirol kann nicht unabhängig werden. Meine Generation schafft es. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Wir economiesen. Ihnen developments帶 thin! Vielen Dank.